So, wir kommen jetzt zum letzten Lied. Das ist, ja, das ist die traurige Wahrheit, wir dürfen ja nicht so lange. Das Leben ist manchmal auch schlecht. Ja, vor allem in diesem Lied sieht man, wie schlecht das Leben manchmal ist. Aber holla. Es geht um eine böse Frau, eine grausame Frau, wie es im Titel heißt. Sie heißt natürlich Mary, das ist ganz klar. Allerdings gibt es eine Ausnahme, der Junge in diesem Lied heißt nicht Johnny, sondern Jimmy. Ich hoffe, damit können Sie umgehen, ich denke aber schon, dass Sie so flexibel sind. Und zwar ist das so, dass Jimmy nicht so recht glauben kann, dass Mary ihn wirklich liebt. Stellt sie deswegen auf die Probe, ob sie eventuell nur sein Geld mag, was auch so ist. Daraufhin macht er sich auf den Weg, sagt ihr auf Wiedersehen. Und sie beschließt, weil sie nämlich herausgefunden hat, dass er doch Geld hat, sich dieses zu nehmen und sein Leben dazu. Zusammen mit ihrem neuen Geliebten. Sie werden, ach, übrigens am Ende gehängt. Lange nicht geschehen. Lange nicht geschehen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Applaus